Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Ja, heute mit zwei Lesungen aus der Akasha-Chronik, eine davon zum Gotthard-Tunnel. Und also ich finde es super interessant. Ich habe wirklich aber auch lange überlegt, also erstens teile ich das und zweitens wie teile ich das? Weil das ist natürlich, also folgt einem ganz anderen Weltbild sozusagen. Wenn man das hört, dann merkt man so richtig, wie sofort die Fragen losgehen. Also wie kann das sein? Und dann gleicht man ab mit dem, was man halt kennt. Und es ist eigentlich nur schwer möglich, sozusagen die Vorbereitung dazu zu liefern. Ich versuche es in kurzer, komprimierter Form in diesem Video und auch will kurz darauf eingehen, was ist überhaupt die Akasha-Chronik, werde aber sicherlich und schreib mir das auch gerne in die Kommentare, wenn du dazu Fragen hast, wenn du dazu weitere Videos brauchst, da noch weiter reingehen. Und warum ist das wichtig? Auch in der Akasha-Chronik geht es, und das fand ich super interessant, um ein Reset-Ereignis. Reset aber eher im Sinne von einem Reinigungsprozess der Erde, der also zyklisch ansteht und jetzt auch in den nächsten Jahren sich wieder abzeichnet. Aber, und darauf werde ich gleich eingehen als erstes, bevor wir dann im zweiten Teil des Videos zum Gottheit kommen, dieser Reinigungsprozess ist eng verbunden mit dem menschlichen Bewusstsein. Das bedeutet, es ist nicht so, wie viele Menschen denken so, ja, man hat gar keine Chance und Angst, Angst, sondern ganz im Gegenteil. Es ist genau die Aufforderung, dass man halt eben aktiv wird, dass man halt eben, ja, die Schritte geht, weil man halt eben weiß, hey, dieser Reinigungsprozess, der wird halt umso größer oder umso schwächer, je mehr Schmutz es wegzuräumen gilt sozusagen. Ja, also interessant, mal ein ganz anderes Video und ich hoffe, dass ich die richtigen Worte finde und fange jetzt einfach mal an. Also, wir starten mal bei diesem Reset-Ereignis, was halt in der Akasha-Chronik auch herausgelesen oder herauszulesen ist und danke an dieser Stelle an Maximilian, der mir, also der das schon seit einigen Jahren macht und der mir auch eben viele Dokumente, die er da herausgelesen hat, zur Verfügung gestellt hat, dass ich mich da einarbeiten konnte. Wir fangen erst mal an. Also, wie gesagt, auch wie bei Archa-Aix oder gerade die Phönix-Hypothese von Christian Köhlert, die ist ja gerade ganz populär, geht es auch in der Akasha-Chronik um ein Reset-Ereignis und auch hier, Archa-Aix hat es ja auch in die, also in die nächsten Jahre datiert. Die Phönix-Hypothese geht ja letztendlich auch davon aus, dass alles, was wir hier gerade auf der geopolitischen Bühne sehen, eigentlich, ich sage jetzt mal, einem anderen Zweck dient, um halt eben eine Vorbereitung zu treffen, also aus Sicht der Phönix-Hypothese, dass sich die Eliten dann eben verschanzen können, um dieses Reset-Ereignis bestmöglich zu überleben. Aber ich habe dazu ein Video gemacht. Meine Forschungen haben mich immer schon dahin geführt, dass wir Menschen einen Einfluss haben darauf, wie dieses Ereignis stattfindet. Und also darum geht es halt hier und deswegen fand ich das so interessant. Hier geht es auch um einen Reinigungsprozess der Erde. Und mal kurz die Lesung aus der Akasha-Chronik von Maximilian. Er schreibt, zwar haben sich alle Seelen dazu entschieden, diesen Schritt zu machen, also hier zu inkarnieren und halt auch diesen Reinigungsprozess mitzumachen, aber die Egos der Menschen sowie ihr gesamter Lebensstil kann das alles verhindern, weil sie es körperlich nicht verkraften und somit die notwendigen Veränderungen im Äther zu massiven Naturkatastrophen, im Materiellen sorgen und nur die sicher sein werden, welche reinen Herzens in den Äther aufgestiegen sind. Es ist also wahrscheinlich wieder ein Kataklysmus, der alles beenden muss. Also es geht tatsächlich um einen, wie man ja überall gerade liest, Aufstiegsprozess der Menschheit, aber darüber hinaus um einen überhaupt Aufstieg des Bewusstseins oder ein Anheben des Bewusstseins der oder aller hier vorhandenen Strukturen, die zu Bewusstsein fähig sind, sagen wir jetzt erst mal, was aber auch dazu führt, dass der Mensch sich jetzt nicht einfach, und so wird es uns ja ganz oft verkauft, ja hier Popcorn, sitzt auf deiner Couch, zurücklehnen kann und dann passiert der Aufstiegsprozess und der 5D, 4D, was auch immer. Also und das ist das Wichtige daran, es geht wirklich darum, dass wir unsere kollektive Ausrichtung prüfen, mit der diese Welle sozusagen uns jetzt erreicht und diese Hyperidentifizierung mit unserem Ego-Bewusstsein, das ist halt eben genau das, was aus Sicht dieser ersten Lesung aus der Akasha-Chronik einen großen Einfluss auf dieses Reset-Ereignis nimmt. Oder mal zu deutsch gesagt, wenn wir es halt schaffen, reinen Herzens zu sein, reinen Herzens auf dieser Welle mitgetragen zu werden, dann wird das nicht so krass werden, weil dann halt eben nicht viel gereinigt werden muss. Aber genau diese Ausrichtung, dieses niederfrequente Bewusstsein, was wir halt hier eben ja um uns herum doch sehr stark präsent gerade haben, genau darum wird es halt gehen, weil das wird den Reinigungsprozess nicht überleben. Und deswegen hat jeder es eigentlich selbst in der Hand, ja seinen Lebensstil zu beobachten, Änderungen hervorzunehmen, ja und halt auch so ein bisschen zu schauen, hey, was habe ich für Möglichkeiten, in dieses Bewusstsein sozusagen einzugeben. Das ist der erste Teil. Jetzt erstmal vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was ist überhaupt die Akasha-Chronik? Akasha-Chronik? Die Akasha-Chronik ist aus meiner Sicht sowas wie, also was für ein Computer mittlerweile die Cloud-Speicher sind. Kleine Anmerkung dazu, Menschen bauen ja aus der Natur alles nach. Also echte Innovationen gibt es eigentlich fast nicht, sondern im Grunde wird geguckt, wie ist es in der Natur. Dann wird es halt umgesetzt und meistens in einer, also wirklich viel abgespeckteren, einfacheren Art und Weise. Also wie Flugzeuge zum Beispiel sehr starre Flügel haben. Vögel, die drehen die Flügel hinten, die Federn auf und dann landen die, wo sie wollen. So haben wir doch eine sehr träge Fortbewegung immer noch. Oder Computer, die binär mit Null und Einsen arbeiten, während die Genetik mit vier Aminosäuren alles kodiert. Also unendlich vielgestaltiger ist. Und so scheint es hier auch zu sein, dass letztendlich wir Cloud-Speicher haben, während wir, ich sag mal, mit unserem Bewusstsein einen viel größeren Speicher haben. Und der ist die Akasha-Chronik. Auf der Seite seelenguide.de auch noch eine schöne Beschreibung dazu. Und was ich vielleicht auch gerade gefragt, was es mit dem Äther auf sich haben soll. Also eine andere Bezeichnung dafür, für die Akasha wäre, der Himmel, Raum oder in Sanskrit auch Äther genannt, ist deine Seelenchronik, das Buch deines Lebens. Sie ist dein Energiefeld, in dem alle Erfahrungen und Erlebnisse dieses und vorheriger Leben abgespeichert sind. Du wirst deswegen vielleicht auch auf ein Verständnis der Akasha-Chronik als eine Art Bibliothek stoßen. Das mal aus Sicht, also das ist auf jeden Fall ein Bild für eine persönliche Lesung. Man kann es aber auch viel größer spannen, weil es eben auch, und das hat mir Maximilian geschrieben, als er mit mir Kontakt aufgenommen hat, auch größer gesehen werden kann. Und er meint, man könnte die Akasha-Chronik auch als die menschliche Kollektivseele bezeichnen. Und Lesen aus der Akasha-Chronik wäre dann halt eben diese Seelenkommunikation. Bei ihm ist es so, dass er diese Verbindung herstellt, eine Frage stellt sozusagen und dann alles runterschreibt. Also so ist es vielleicht gar nicht richtig so. Er schreibt es halt am Computer. Und diese Sachen hat er mir auch zur Verfügung gestellt, unter anderem auch zum Gotthard, aber auch zu meiner Zeit im Krankenhaus. Und das sind ganz andere Sichtweisen, muss ich sagen, aber extrem wertvolle Sichtweisen, weil sie halt eben nicht diesen typisch logischen Schlussfolgerungen entspringen, die man ja irgendwie als Mensch immer macht, sondern es sind also ganz andere Sichtweisen, wo man halt gucken muss, also vielleicht liegt es ja auch an meinem Weltbild, dass ich halt einfach das nicht richtig einordnen kann. Und also für mich ist es eine wunderbare Einladung, mein Weltbild auch zu hinterfragen. Und das ist halt eben auch, ja, ganz, ganz wichtig, weil halt eben, und also da vielleicht noch mal kurz einen Satz vorher, bevor ich dir das gleich vorlese, unser Weltbild, ja, also uns auch gefangen hält. Es gibt gerade von Sean Hibbler eine geplante neue Produktion, habe ich ja in meinem Telegram-Kanal vorgestellt, über die alte Welt. Und allein schon im ersten Satz sagt er, Geschichte wird und wurde schon immer von den Siegern geschrieben. Doch was ist, wenn diese Geschichte gefälscht ist? Und wenn, das merkt jeder mal, wenn unsere Geschichte anders wäre, also wenn zum Beispiel die Römerzeit nicht vor zwei Jahrtausenden wäre, sondern vielleicht vor ein paar Jahrhunderten nur, wenn es davor eben Atlantis gab, also und diese Bauwerke halt eben auch nicht römischen Ursprungs sind, sondern halt auf eine, davor eine Vorgängerzivilisation zurückgehen. Nur mal so als Beispiel, dann merkt man, wie schwer es den meisten Menschen schon fallen würde, diesen Zeitstrahl, den sie so lange schon in ihrem Kopf haben, zu verändern und halt, also erstmal alles durchzugehen. Dann würde ja das bedeuten das, dann würde ja das ja das. Das dauert ewig. Und das ist nur ein Beispiel dafür, welche Macht unser Weltbild eigentlich über uns hat. Und wenn man dann noch weitergeht, geht es halt eben um, ja, das Thema Bewusstsein. Also nicht nur unser menschliches Bewusstsein, sondern was hat hier alles noch Bewusstsein, allein in diesem Raum, in dem wir uns auskennen. Also, wie gesagt, Tieren wird ja manchmal gerade noch so von der Wissenschaft Bewusstsein zugestanden. Bei Pflanzen, da wird es ja schon gestritten. Das ist ja eine ganz neue Art, dass man sagt, auch Pflanzen haben Bewusstsein, während die indigenen Völker schon seit Jahrtausenden mit den heiligen Pflanzen arbeiten, mit dem Bewusstsein, mit der Pflanzenseele dieser Pflanzen und sagen, also das ist ein ganz anderes Bewusstsein. Es ist viel ruhiger, aber es zeigt uns was. Deswegen sind es ja Teacher Plans. Ja, und da fängt unsere westliche Zivilisation jetzt gerade mal wieder an zu sagen, ja, vielleicht gibt es das, aber also lange ist diese Forschung hier auch noch nicht. Und auch Pachamama zum Beispiel, also dieses kollektive Erdbewusstsein, Mutter Erde, die Seele dieser Erde, auf der wir leben, das ist ja auch was, was ganz viel in dieser zeremoniellen Musik stattfindet, was ja von den indigenen Völkern kommt, wo wir als westliche Zivilisation eigentlich noch vielleicht gar kein Äquivalent haben. Ich sage das nur, um dir zu zeigen, wie wenig wir doch letztendlich über Bewusstsein vielleicht wissen und vor allem, dass wir eben immer alles mit unserem bekannten Weltbild abgleichen und dann kommen natürlich die Fragen. Jetzt kommen wir zum Gotthard. Interessant, ein Kommentar dazu hat mir jemand geschrieben, der das schon vorbereitet, was Maximilian dann aus der Akasha-Chronik gelesen hat. Vor einigen Jahren, der neue Tunnel war gerade im Bau, als mein Freund und ich durch den Tunnel fahren wollten, wurde mir mulmig. Ich hatte den starken Eindruck, dass der Berg nicht mehr durchbohrt werden wollte von uns Menschen und sich wehrt. Wir sind dann über den Pass gefahren. Bis heute hat mich dieses Gefühl nicht verlassen. Und diese Ereignisse wären meines Erachtens daher, Berge sind langsam, deshalb dauert es mehrere Jahre. Und auch die Antwort darunter, das habe ich auch gespürt, wir sind auch über den Pass zurück. Ich hatte ein furchtbares Gefühl, so intensiv hatte ich es noch nie erlebt. Das sind jetzt also neue Kommentare unter meinen Videos zu den Sperrungen der Gotthard-Röhren, einerseits für den Zugverkehr, aber auch für den Autoverkehr. Da ist es jetzt wieder geöffnet. Und jetzt lese ich dir mal die Lesung von Maximilian aus der Akasha-Chronik vor und bin dann natürlich sehr gespannt, auch auf deine Sichtweise und dein Feedback. Also, er fragt, gibt es relevante Informationen zum Gotthard-Tunnel bezüglich dessen, was dort aktuell passiert und warum es passiert? Und dann die Lesung, die er runtergeschrieben hat. Die Informationen, die ihr habt und die ihr bekommt über die Medien, sind nicht vollständig und zudem irreführend. Zunächst einmal ist zu sagen, dass auf ätherischer Ebene alle Materie miteinander verbunden ist und sich gegenseitig beeinflusst. Also auf Ebene der Akasha sozusagen und dann das Bewusstsein in die Materie sozusagen übertragen wird. Die Beeinflussung beim Gotthard-Tunnel findet durch das Gotthard-Massiv statt. Denn dies ist kein toter Haufen Steine, sondern ein Lebewesen mit Bewusstsein. Mit Lebewesen ist gemeint, dass es wieder lebt, also zum Leben erwacht ist, nachdem seine Seele komplett entrückt war. Das Gotthard-Massiv war genauso wie alle anderen Berge einst ein lebendiger Organismus in Form eines Baumes. Dass es jetzt zu Zwischenfällen kommt, hat einfach damit zu tun, dass durch die Wiederbeselung des Berges Gleichgewicht geschaffen wird. Das heißt, durch die ätherische Ebene, welche in dem Sinne die Seelenebene ist, werden Informationen von der Bergseele auf deren Körper den Berg übertragen. Das hat zur Folge, dass alles, was nicht dem Gleichgewicht dienlich ist, gebremst, blockiert oder gestoppt wird. In den aktuellen Fällen ist es zum Beispiel der Bahn und der Autoverkehr. Die Ereignisse, die stattfinden, sind nicht geplant, sondern sind unausweichliche Folgen des Informationsflusses von der Bergseele zur Materie. Dadurch, dass aktuell kein Verkehr mehr durch das Gebirge fließt, findet auch keine energetische Beeinflussung mehr statt und der Berg kann sich erholen. Man wusste ganz genau beim Bau, dass das Gotthard-Massiv ein energetischer Knotenpunkt ist, da auf ihm einst ein gigantischer Baum stand. Diesen immer noch leicht und in letzter Zeit immer stärker wirkenden Energiepunkt wollte man destabilisieren und so beeinflussen, dass man die Kontrolle darüber bekommt. In dem Sinne ist es zum Vorteil aller Menschen, was gerade im Gotthard-Tunnel und im kompletten Massiv passiert. Muss man sicherlich erst mal auf sich wirken lassen. Ich habe diesen Text und auch andere Texte mehrmals gelesen und dann halt auch eben mich selbst dabei beobachtet, wie ich halt merke, wie soll es denn bitte so große Strukturen gegeben haben. Und dann bin ich ja meinem Weltbild auf dem Leim gegangen, was mir halt erzählt hat, hey, es gab den Urknall, die Erde hat eine bestimmte Größe, Lebewesen haben eine bestimmte Größe und das ist eben genau die Art von indoktrinierter Geschichte, auf die wir halt dann hereinfallen und wo wir, glaube ich, anfangen sollten zu hinterfragen, was habe ich davon wirklich übernommen und was davon weiß ich nicht. Also was ist halt einfach wirklich mir beigebracht worden und wenn wir, also vielleicht, wenn du dir das wünschst, wenn wir weitere Lesungen aus der Akasha-Chronik haben, dann geht es halt immer mehr darum, dass wir also eine komplett andere Wirklichkeit vor uns haben, wo es halt eben wirklich darum geht, dass wir erst mal wieder lernen können, oh Mann, ich bin ja wirklich auf dem Weltbild indoktriniert worden, was mein Denken so klein gehalten hat und die Geschichte, die man daraus liest, was immer man davon auch halten mag, ist eine ganz andere Geschichte und es ist wirklich ganz interessant, bei sich selber zu beobachten, was passiert mit mir, wenn ich, also mein indoktriniertes Weltbild mit dieser anderen Sichtweise mal nebeneinander lege und dann diese, ja, was passiert dann in meinem Bewusstsein, was geht dann halt los. Vielleicht noch ein Blick auf den Brocken im Harz, weil man sich ja fragen könnte, naja, also beim Gotthard, werden wir mal schauen, wie das weitergeht, weil das würde ja bedeuten, dass da demnächst auch weitere Komplikationen zu erwarten wären, aber was passiert zum Beispiel in anderen Bergmassiven, hat mir auch einer geschrieben, ich berichte mal merkwürdige Dinge, die mir seit 2020 im Harz auffallen. Der Brocken hat innerhalb eines Jahres dreimal gebrannt. Davor eigentlich nie. Über den Bergen fliegt oft ein Hubschrauber, an dem ein Seil hängt, mit einem Ding dran, das aussieht wie eine Rakete oder ein Torpedo. Anwohner meinten, der würde auch etwas vermessen. Am Himmel beobachte ich auch einige komische Dinge, viele Düsenjets und komische Lichter und neulich gab es einen lauten Knall und das Haus schien zu vibrieren. Ich habe keine Ahnung, was das war, konnte nichts sehen. Unter der Siedlung hier waren mal drei Schächte vom Bergwerk und mein Gefühl war, dass da irgendwas unterirdisch gerutscht ist. Also auf jeden Fall super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Das soll mal also ein kurzer Einblick in diese Thematik gewesen sein und ich hoffe, dass mir nicht alle Zuschauer, die eher diese Sachinformationen haben wollen, den Kopf abreißen. Aus meiner Sicht, und das habe ich ja am Anfang des Videos gesagt, ist es wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, egal, was man davon hält. Aber wenn immer wieder letztendlich Menschen, die sich sehr lange und tief damit beschäftigen, sie da rauskommen, dass wir auf ein Reset-Ereignis, Reinigungsprozess, wie auch immer, zusteuern, dann ist doch für mich die Frage, also, ja, was bedeutet das für mich? Und für mich bedeutet das, dass wir, abgeleitet von dem hier, und das ist halt eben auch, also mein Forschungsstand, dass wir halt eben mit unserem Bewusstsein einen Einfluss auf die Stärke und Intensität dieses Reinigungsereignisses haben und dass wir deswegen jetzt in der Vorbereitung natürlich uns darauf fokussieren können. Und das kann jeder einzelne Mensch machen. Deswegen habe ich dieses Video aufgenommen, weil ich halt eben mit einer gewissen Reichweite vielleicht auch Menschen dazu bringen kann, darüber mal nachzudenken, hey, wie ist denn mein Bewusstsein ausgerichtet und wie kann ich es auf ein, ja, ein höheres Prinzip als rein diese Ego-Identifikation ausrichten. Ja, also wie gesagt, ganz spannend und vor allem ganz spannend, was du darüber denkst. Schreib mir das unten in die Kommentare und ansonsten vielen, vielen Dank, wie immer, an dieser Stelle fürs Zuschauen. Danke an alle, die mich unterstützen und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Brenner.